Das wird ein scheiß Deep Impact. Das fucking Ende der Welt. Wir schicken eine Rettungsmission. Ein paar Ex-Knackes und sonstige inkompetente Volltrottel sollten dazu reichen. Hier spricht der Präsident. Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, das Ende der Welt ist kein Grund, um zu verzweifeln. Nehmt eure Liebsten an der Hand und dann tanzen wir alle Ringlereier. Ich möchte mit meiner Tochter telefonieren, um mir zu sagen, dass es schlechtere Schauspieler gibt als Ben Affleck. Freude! Gott hat das Unvermeidliche von uns abgewandt!